hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute für die jacken nach dem ticket und heute habe ich das spiel dynasty scrolls dann schauen wir mal vollbild was schau ich habe ich mir geschwerte keine beschwerden ok starten wir das ganze mittlerweile habe ich den heft da stehen alle spieler drin die ich hier bislang gespielt habe auf blue stack und da habe ich reingeschrieben ob ich die beschwerde von ein spiel gekriegt habe oder nicht damit habe ich halt angefangen seit ich den strike von coin master bekommen habe oh scheiße die haben mir jetzt mal einen strike gegeben jetzt schaue ich mal nach wo ich ein beschwerde kriege und wenn ein beschwerde da ist probiere ich es zu verhindern ja ein neuen freund es ist perfekt jawohl das kann doch nicht wahr sein so so voll verkannt das wird bei den anderen zwei kämpfen auch so sein ach ich muss noch warten du 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 2 1 0 das verliere ich auch zack und mal den hier verlieren wir auch ich hab 100.000 ja 100.000 das ist ein kleiner Unterschied wir kommen gleich hinterher gegen die anderen werde ich auch alle verlieren weil das wird hier vor und nach Siege und das ist das schlechteste hier abgesehen von mir ich bin natürlich noch schlechter ah die Nase kribbelt 16.000 16.000 Punkt K ja oh was wie viel 16.000 naja egal so da war alle kämpfe gemacht jetzt kommt hier der letzte Kampf ne 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 aber halbes Leben bei den anderen das ist ja schon mal gut an mann nicht auktion ok shop main shop 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 main shop da leuchtet doch etwas kriegst du was geschenkt da 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 ach so ich kann hier für die 21.000 was kaufen deswegen läuft der weil ich wahrscheinlich nur mit den Medaillen hier was kaufen kann sonst nix da weiß ich aber nicht was kommen soll also überspringen wir den Job eine Mission fertig das ist hier das ist doch jetzt hier abone 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 das geht fünf stunden ein Traum nach oben Subi nun in Wartos Römer jetzt da bin ich Heizung frei xD und Kann ich da nicht skicken? stuff You'll not stop me! Get ready! Be next wing! Precision Strike! Okay. Skip it. Skip it. Rocks. Das kann man auch skippen. So, ich muss hier drücken. Und da klatsch und da? Und da! Und ich fahre. Ganz gut, den Runde besiegt. Da muss ich jetzt... Geh leider nicht schneller. Mal 2. Dann schauen wir uns den Kampf an. Ich bin Invincible. Precision Strike! All way forward. Half-hearted Skewer! Precision Strike! Das Ausrufungszeichen. Geht sie da hin? Jetzt habe ich eine Mission bekommen. Mal schauen, ob das hier zugeht. Mal schauen, ob das hier zugeht. Duell. Ja, wir sind stärker jetzt, ne? Wir sind stärker jetzt, ne? So, wir sind... Oh, wir sind stärker jetzt, ne? Bei mir sind die Charakteren mit, also 4 Charakterer haben einen Stern, der einer ist nur 2 Sterne und übernahm keinen. Aber das werden wir bestimmt auch noch ändern. Mein Charakter hat nur einen Stern, aber meiner ist schon Level 2, das versteht ja nicht nur 2 dahinter. Oh, einer Daumen von mir. 2 Daumen. Haben wir geschafft. Oh, hier. Es gibt es. Geschafft. Die erste Seite habe ich abgeschlossen. Ist das nicht cool? Da kriege ich jetzt einen neuen Buff. Wo ist denn der Buff? Wo war der? Wo war der? Da. Da. Buffs. Ja, da ist er. Ok. Hm. Der neue Titel auch. Weg ist er. Da ist er. Schade, es gibt keine Punkte. Sonst würde ich das zu Hause mal drücken, dann würde ich immer mehr Punkte kriegen. Aber hier möchte ich doch noch eine 6 auf. Aber steht hier. 15. Okay. Ah, noch einer fehlt mir. Hier. Hier. Da auch noch mal. Also ja, recht doch schon. Hier. Ja. Hier. Hier. Ja. Ja, hier. 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 Ja. Jetzt. Hier. 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 Die Frage. Ok, keine Ranking mehr dafür, kein Problem, Mission, Daily abgeschlossen, gut, Arms Race, was ist das, auch neu. Ich kann aber nicht kämpfen, weil ich keine... Das muss ich kaufen. 38 mal kann ich kaufen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Bin ich auch nicht schlimm. Arena. Aber komm doch gleich noch hin. Arena machen wir es zum Schluss. Vielleicht werde ich ja noch ein bisschen stärker. Dann schauen wir noch mal die Buffs an. Von der Sidecrest noch ein Buff. Oh shit. Oh, da war noch was. Warte mal, zurück. Galerie. Achso, das war nur hier. Angucken. Gut, gut, gut. Tasche. Truhen öffnen, das ist auch mal sehr, sehr wichtig. Oh shit. Ah, wen möchte ich haben. Da war so, wir nehmen einen von denen. Und... Dann nehmen wir einen von denen. Und... Ah, schon wieder. Falsch. Immer wieder anklicken. Und dann nehmen wir... Und dann nehmen wir... ...den letzten den hier. Nice. Kombos. Ich habe eine neue Kombo. Das sind ja die drei, die ich habe. Und jetzt habe ich den noch dazu gekriegt. Wow. Nice. Ich bin gleich gespannt, wie der Kombo wird. Okay, wir fangen mal von unten an, die Leute aufzuwerden. Nicht von oben. Das... Nicht anders. Achso. Ich möchte ihn auch auf 65 schaffen. Da war's noch. Das wäre bei dem hier. Das sag ich, soll ihn wechseln. Aber erstmal drinnen eingen. Power. Oh, da muss ich gucken. die anderen auch alle auf Power? Nein, er nicht. Jetzt ist er auf Power. Ah, bevor ich das hier weitermache, gehe ich muss nun beschwören. Ich beschwöre lieber erstmal die Leute. Hier sind 3 Stück frei. Wie viele Minuten muss ich warten? Naja, haben wir ja dann 10. 10 Minuten. Okay. Oh cool. Kann man auch gleich die 10 holen? Ist das die Rolle, wo er nicht stehen sollte? Oder wo er stehen sollte? Das ist 10 Target. Er ist ein Tank, ja. Okay. 10 Stück. Oh, wen wollen wir nicht? Ich schaue mal kurz. Jetzt gibt es ja 4 Fraktionen. Oder 4 Dynastien. Hier kann ich die Heldin besser sehen. Die Wei habe ich 4. Shu habe ich 3. Wu habe ich ein paar mehr. Und da habe ich auch entweder Lord oder Shu. Ich glaube ich nehme Shu, ja. Was ist denn eigentlich meine? Red Dog? Red Dog? Ah, ich könnte eigentlich da nicht. Aber ich nehme Shu. 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 Go. Wir wollen Shu. Schu. Dann, 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 dann. War is cruel. No matter what war is cruel. No matter what war it is. Nur einen neuen? Hm. Ich habe noch einen davon. Gut. Gut, 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 gut. Hm, da fehlen wir noch 6. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf alle rauf. Das ist meiner. Der ist schon bald Power angekommen. Kann man hier auch mal weiter drücken? Ja, geht. Die Sachen ausgerüstete Sachen. Okay, dann. Das Einzige, was das Dorf ist, sind die auch hier nach Stärke sortiert? Ja, sind sie. Okay. Dann fangen wir hier mit den an. Ausrüsten. Haben wir gemacht. Geht bei denen. Trainieren. Oh, ja. Trainieren. Safe. Trainieren. Safe. Trainieren. Safe. Trainieren. Safe. Train. Safe. Brain. Safe. Brain. Safe. Okay. Fertig. Könnten wir noch weitermachen, aber wir wollen erstmal nur alle auf Power haben. Jetzt auf Level Up. Der ist 27. Ich glaube, bis 32 ging das. Ah, 33 steht ja da drüber. Okay. Okay. Das ist fertig. Okay. Okay. Das ist fertig. Nach links. Muss ich den extra anklicken. Jetzt kommt der. Er ist Level 1. Was? Okay. Jetzt kann ich keinen mehr aufleveln. Okay. Das war's. Hm. Der nächste Level 1er. Schauen wir mal nach die Rüstung. Ich glaube, bei dem Spiel ist es wirklich sinnvoll, nur die Leute zu nehmen. Mit denen man auch spielt. Guck mal. Ich habe so viel Level 1er noch. Ich kann die nicht aufleveln. Aber hier kann ich ausrüsten. Ich habe so viel Stöhnen. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. kurz gucken Ja, also und mir ist vielleicht besser, wenn ich nur mit diese hier 1 2 3 4 5 6 diese 6 ausrüste Reserve Die ist auch schon stark Da ist noch mehr Guck, hier sagt zum Beispiel, ich soll auswechseln Gut Den sollte ich auswechseln gegen einen von dem beiden Aber der ist mir leid Den soll ich auswechseln Gegen diesen Die Die Aufwerten So, immer noch so auswärts gehen gegen den Nitzel. Okay. Sachen aufwärten und den kann ich noch aufwärten. Okay, warum soll ich die drei einsam mitnehmen? Jetzt bin ich doch viel schwächer, oder nicht? Wo kann man hier die Kampfstärke sehen? Kann ich hier auf Team gehen? Da! Ah ne, es ist nur die eine. Du wirst nicht wegkommen! Hm. Keine Ahnung. Ich meine aber, ich bin jetzt schwächer wie vorher. Na, ich kann das ja hier bei Arena nachgucken. 20. Ich bin stärker geworden. Auf worst level 1 sind. Hier musste ich 8 mal kämpfen. Wanns? Wanns, ich bin jetzt drauf. Was ist das ein? Oh, was sagt. Wanns? Das war so. Wanns. Was ist das? Wanns you? Wanns you? Wanns you? Ja, hehehe! Bein' in Swing! Take it easy! Precision Strike! Hm. I dare you! Who dares challenge me? Oh no! What? 2 down! I can't lose 3 players. 2-4.3. I can lose 2-3. Oh no! Oh no! Oh no! das ist und dort aber Aber wachen wir sie nicht mehr schafft. Ja, nehmt ein. jetzt kommt der fire phoenix oh schau den letzten seh ich nicht ja 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 Gleich durch die Combo Und Combo Okay Okay Oh, ich habe ihn Okay. Eins. Zwei. Kann ich auch skippen jetzt, aber das ist schön. Zwei. Äh, für fünf. Ja, ich hab schon zwei gehabt. Zwei. 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 Das nehmen wir, ich habe 10.000, gut, kommt mal da und da, Geld brauche ich nicht, ich habe da 2 Millionen. Gut, 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 dann gehen wir jetzt mal zurück, gehen wir mal wieder bei dem Team rein und Prost, genau. Oh. Nobility is my birthright Ich wüsste jetzt doch lieber die sechs Leute aus die ich kämpfe Lalalalalalalala You will not get away Mission Okay 20 Angriffe in der Arena Ja Was ist da jetzt schon wieder? Da noch Da frei ist frei Da frei ist frei Okay Recycel Job Arcade 20 Arena Kämpfe Ich bin jetzt schon 200.000 stark Nummer eins Achso ich kann jetzt sowieso 120 machen Brauch ja gar nicht mehr 10 Oh das verliere ich bestimmt Und Schönen Schönen Ja 51.000 Hm 100.000 100.000 73.000 Und Jetzt sind wir wieder gegen einen Spieler angekommen Wo sind ja eigentlich alle Spieler Kann man das Bild ändern? Weil das ist Normal hat man als Spieler diese Figur Oder diese Figur Kann sich einen von den beiden aussuchen Und der hat eine ganz andere Figur Ja 9 gleich komme ich nicht mehr weiter 81 darf ich schon auch noch 123.000 müssen wir auch noch schaffen 68.000 auf jeden Fall das war jetzt mein 10. Kampf noch 10 Stück fehlen das nimmt ja auch gar keine ich habe das Gefühl dass ich gar nicht vorwärts komme aber ist auch besser so da habe ich mehr leichte gegeben man könnte hier nach ganz oben rennen und oben die kaputt machen die Gegner sind schnell schwer und dann hänge ich da oben irgendwo fest und bin nur noch am verlieren jetzt kommt der 13. Kampf die 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 Noch 5 Kämpfe. Das cool bei den Kampfsystemen hier ist, man kämpft nicht mit Punkten, man sagt, ich brauche sonst die Punkte um aufzusteilen, sondern man kämpft um den Platz. Besiege ich den ersten, bin ich erster und die anderen rutschen alle dann einen runter, die dazwischen sind. Legendäre Schule. Wow, nur ein Puzzleteil für legendäre Schule. Gold. Noch 2 Kämpfe. Gut, ich bin schon bei 2300. Oh Gott, yeah. Und jetzt geht's hoch. 160.000. So, das war glaube ich der letzte Kampf jetzt, ja. Schon wieder so einer. Gut. Da leuchtet wieder so eine Truhe. Okay, das war die Truhe, ja. Die leuchtet immer noch da. Nie, Sekunde. Guck mal girls. Reguland. Könnt ihr hier ganz hoch laufen und sagen zum Beispiel, ich kämpfe gegen Nummer 4, zack, nicht vom 4. Wir haben alle Millionen Eingriffsstärke von Millionen. Ja, 1900, wären wir vielleicht auch noch gegangen, wäre ein knapper Sieg, wenn ich gewinnen würde. Ah, jetzt habe ich die Tour genommen, endlich. Jo, dann sind wir hier auch mit fertig. Virus, neuer Charakter. Shit. Shit. Oh, ich habe Power weitergemacht. Hm, ich habe mich auch schon fast. Das war vous. Wer ist bereit für Rumble? Ich bin sicher, dass ihr mein Name gehört habt. Ich bin sicher, dass ihr mein Name gehört habt. Okay. Ah, Mission. Okay, Story Kampf. Dafür haben wir noch 2 Sterne. Hm. Hm. Kann ich lieber... Komm, machen wir mal. Vielleicht kriege ich 3 Sterne jetzt, ne? Ich bin so... Nee, nur 2 Sterne. Und der ist wieder gestorben. Mal wieder. Okay, das waren jetzt 2 Wellen. Der steht hier. 2 Wellen. Die erste Welle ist ja ganz leicht. leicht jetzt kommt einmal die Heilung Sanji die Heilung die Heilung schlägt einmal zu den Dornen das gibt es doch nicht Gibt es doch nicht. Wie viel Energie habe ich denn? 43. Ich könnte auch mal nach Ausrüstung schauen. Das wäre auch mal was schönes. Ach, ich muss auch noch mal. Glitz. Und Coins. Patrouille. Ich bin schick auf Patrouille. Einer der noch nicht so stark ist. Warte mal. Einfach keine gute Linie. Zack. Wenn ich gestern auch auf Patrouille. Zwölf Stunden. Okay. Jetzt darfst du jetzt zwölf Stunden laufen. Okay. Dailies. Jetzt haben wir das fertig. Und das fertig. Das einsammeln. Ich muss noch mal zum Team gehen. Okay. Eine Waffe brauche ich. Okay. Eine Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Das ist kruss. Da war das. Nein. Nicht da. Hier. Ein Stern fehlt mir noch. Aber ich brauche eine Waffe. Hier kriege ich keine Waffe. Hier kriege ich keine Waffe. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ich habe hier keine Waffe. Oh, da habe ich auch noch nicht mal alle. Das kann ich sein. Das soll ich jetzt mal schnell ändern. Und DOKO. Oh, da habe ich auch schon. Oh, da habe ich auch schon. Ich suche eine Waffe. Oh, da gibt es keine 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 Waffe. Missionen Ich muss noch einen neuen Camp machen Dann machen wir mal die nächste Kampagne 3 Fangen wir an Ich muss noch einen Locker Ein Schuss, zwei Böse, noch besser! Der Schöne General ist meine! Ich würde sagen, die Heilung ist keine Runde zu früh, die müsste glaube ich da hin. Die müsste gleich tauschen. Oh, der ist mir verstauen. Gegen dem muss ich was machen. Ich gehe gegen ihn so. Für den. Ich gehe gegen ihn. Ich gehe gegen ihn. Ich bin der Weg auf dem Weg. Der Armst. Das ist meine Tanks. A true hero does not retreat Fight like a beast Stand to me 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 Stand to me